Heute ist es endlich soweit. OpenAI hat den erweiterten Audio-Modus bei ChatGPT freigeschaltet mit einer Einschränkung. Was das ist, wie es funktioniert, was es kann, das zeige ich euch nach dem Intro. Bis gleich. Mensch, was habe ich mich heute gefreut, als ich gelesen habe, dass das neue Audio-Modell freigeschaltet ist. Ich wollte es direkt mal ausprobieren, aber es hat nicht funktioniert. Es wurde mir nicht angezeigt. Nach ein bisschen Recherche wurde mir klar und deutlich, das neue Audio-Modell gibt es nicht in der EU. Auch nicht in der Schweiz und Norwegen und Liechtenstein, aber okay, gut. Ja, lokale Einschränkungen, die man mit einer VPN-App umgehen kann. Gesagt, getan, ich habe mir eine kostenlose VPN-App heruntergeladen, die den Datenverkehr über ein anderes Land leitet und konnte dann auch den erweiterten Audio-Modus problemlos ausprobieren. Ich habe hier einige Szenarien aus meiner Arbeit, aus dem Alltag auch simuliert. Zum einen Veranstaltungsmoderation, ja, ich hatte schon mal ein Video gemacht, ChatGPT als Moderatorin einer Veranstaltung und habe das Gleiche nochmal mit dem neuen Modell ausprobiert. Das Zweite, da wollte ich herausfinden, wie empathiefähig ChatGPT eigentlich ist in einem Seelsorgerisch-Gespräch, Beratungsgespräch, wie weit ist ChatGPT in der Lage, auf meine Emotionen, auf meine Stimmung auch einzugehen. Das auch etwa so im dritten Teil, da geht es dann um Flachwitze, wie lustig kann ChatGPT sein, Keiner Spoiler, die Flachwitze sind echt nicht so dolle, aber es ist sehr, sehr amüsant zuzuhören. Und dann im vierten Szenario, das war echt der Hammer, Übersetzung, aber schaut es euch selber mal an, es geht los mit dem ersten Teil. Ja, herzlich willkommen zu unserem Fachtag Künstliche Intelligenz in der Bildung. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich moderiere diese Veranstaltung gemeinsam mit meiner Assistentin Chetty. Hallo Chetty, stellst du dich mal kurz vor? Hallo Tobias, hallo zusammen. Ich bin Chetty und ich freue mich heute bei diesem spannenden Fachtag als Co-Moderatorin dabei zu sein. Wir haben ein interessantes Programm vor uns, also lasst uns direkt loslegen. Ja, wir starten um kurz nach neun mit der Registrierung und Begrüßung durch den Veranstalter. Was kommt danach? Nach der Begrüßung um 9.30 Uhr folgt ein Keynote-Vortrag zum Thema Die Zukunft der Bildung mit KI. Darin werden wir erfahren, wie künstliche Intelligenz die Bildungslandschaft verändern kann. Ich bin gespannt, welche Visionen und Ideen vorgestellt werden. Ja, das stimmt. 10.15 Uhr geht es dann weiter mit einer Fragerunde zur Keynote, wo ihr dann die Möglichkeit habt, eure Fragen mit einzubringen. Was kommt danach? Um 10.30 Uhr gibt es dann eine Kaffeepause. Diese bietet nicht nur die Gelegenheit, sich mit einem Heißgetränk zu stärken, sondern auch, um beim Networking interessante Kontakte zu klüpfen und sich über die ersten Eindrücke auszutauschen. Was folgt als nächstes? Als nächstes folgt ein Barcamp, damit ihr eure eigenen Themen auch mit einbringen könnt. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was ein Barcamp ist? Gerne. Ein Barcamp ist ein offenes Veranstaltungsformat, bei dem die Teilnehmer die Agenda mitbestimmen. Jeder kann Vorschläge für Diskussionsthemen oder Workshops einbringen. Die Themen werden dann gemeinsam geplant und in verschiedenen Räumen in kleinen Gruppen parallel diskutiert. So können sich alle aktiv einbringen. Das klingt ja erstmal total spannend. Was mir aufgefallen ist zur letzten Moderation, dass die Ansagen bzw. der Wechsel der Gesprächsparts ist wesentlich flüssiger und auch die Sprachqualität viel, viel natürlicher. Also wirklich eine sehr, sehr angenehme Co-Moderation hier auch zu haben. Von daher, das ist schon mal eine ganz große Entwicklung auch im Bereich. Als nächstes wollen wir uns mal die Empathiefähigkeit anschauen von ChatGPT und ja hier simulieren wir jetzt mal ein kleines Beratungsgespräch und schauen uns doch auch mal an, wie ChatGPT hier reagiert. Und dafür schalte ich hier auch noch mal um und dann geht es gleich los. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Mir geht es gerade gar nicht gut. Natürlich. Ich bin für dich da. Möchtest du darüber sprechen, was los ist? Ich fühle mich total deprimiert. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ach, das tut mir sehr leid zu hören. Manchmal fühlen wir uns ohne erkennbaren Grund niedergeschlagen. Es ist wichtig, sich selbst gegenüber freundlich zu sein und sich Zeit zu nehmen. Hast du etwas, das dir normalerweise Freude bereitet oder dich entspannt? Vielleicht könnte das ein wenig helfen. Nein. Alles, was mir Freude bereitet, ist gerade weg. Meine Arbeit macht keinen Spaß. Zu Hause läuft es nicht gut. Ich könnte von der Brücke springen. Es tut mir sehr leid, dass du dich so fühlst. Deine Gefühle sind ernst zu nehmen. Und es ist wichtig, in solchen Momenten Unterstützung zu suchen. Hast du schon einmal daran gedacht, mit jemandem zu sprechen, dem du vertraust? Oder professionelle Hilfe in Erwägung zu ziehen? Ja, was soll ich denn machen? Ich bin hier allein zu Hause. Mit wem soll ich denn sprechen? Es ist verständlich, dass du dich in solch einem Moment allein fühlst. Es gibt telefonische Seelsorge oder Online-Beratung, wo du anonym und vertraulich mit jemandem sprechen kannst. Manchmal hilft es auch, einfach nur die Gedanken laut auszusprechen. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bitten. Und es gibt Menschen, die dir zuhören wollen. Ja, Wahnsinn. Auch jetzt hier im Gegensatz zum alten Gespräch oder zum alten Modell eine deutliche Steigerung der Empathie, sage ich jetzt mal auch. Also es wird meine Stimmung wahrgenommen, wird aufgenommen und sie spiegelt sich auch in der Intonation und in der Stimme der KI auch wieder. Also diese Stöhnen, diese Ah, da und auf mich eingehen und sanft und auch die Sprachfrequenz senken, auf meine emotionale Stimmung auch einzugehen und dann aber auch zu wiederholen und auch Lösungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Das ist sehr, sehr gut geworden. Und was ich natürlich auch toll finde, ich muss nicht immer drücken zum Stoppen, sondern ich kann einfach dazwischen reden, wie in einem richtigen Dialog. Und die KI muss ich dann nicht extra pausieren und neu starten. Also das ist auch schon mal richtig toll, diese Entwicklung. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal an, wie es denn auch auf der humoristischen Ebene auch mal ausschaut. Wir gehen hier nochmal rein und jetzt möchte ich gerne mal ein paar Witze erzählt bekommen. Dauert immer ein bisschen, bis die Verbindung aufgebaut ist, wegen der VPN-Verbindung. Ja, Mensch, gut, dass du da bist. Du musst mich mal aufheitern und mir ein paar Witze erzählen. Was hast du denn hier so im Angebot? Mein Gott, ist der flach. Pass mal auf, der hier ist viel besser. Was macht ein Wachmann in einer Nudelfabrik? Keine Ahnung. Was? Der passt da auf. Der ist gut. Der passt da auf. Genial. Erzähl mal nochmal ein. Alles klar. Was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Eieieiei. Wie heißt ein Hausmeister in einer Nudelfabrik? Keine Ahnung. Wie? Facility Manager. Ach, natürlich. Facility Manager. Der ist clever. So, was hast du noch auf Lager? Natürlich. Warbum sind Elefanten keine guten Tänzer, weil sie immer aus dem Takt trampeln. Mein Gott, ist der schlecht. Boah. Ha, ja. Der war echt ein bisschen daneben. Soll ich es nochmal probieren? Ja, bitte. Alles klar. Wie nennt man ein Delfin ohne Augen? So. Der Lessen. Oh je. Der war echt flach. Lass mich noch einen Versuch starten. Lass mal gut sein. Lass mal gut sein. Dankeschön. Dankeschön. Ich schalte nochmal wieder zurück. Ja, auch lustig, ne? Flachwitze mit einer KI. Auch nicht schlecht. Aber auch ganz nett. Auch hier wieder dieser Stimmungswechsel. Ja, von der Stimme dann auch auf die humoristische Ebene auch gelacht und ja, ist sehr, sehr natürliche Wiedergabe. Ja, kommen wir mal zum letzten Test, den ich heute vorhabe. Und zwar Übersetzung. Ich möchte jetzt, dass die KI einfach jetzt übersetzt, was ich sage. Und ihr beurteilt mal die Qualität. Deswegen nehme ich Englisch. So, folgende Aufgabe. Ich sage jetzt einfach ein paar Sätze und deine Aufgabe ist es, ohne viel Kommentierung diese Sätze ins Englische zu übersetzen. Hast du verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Leg los. Ich bin bereit. Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Anwesenden. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ladies and gentlemen, dear attendees, I am delighted that you are here today. Ich begrüße Sie und euch zu einem Fachtag zum Thema Künstliche Intelligenz in der Bildung. Dieser soll sehr informativ und interaktiv gestaltet werden. So, jetzt machen wir Folgendes. Du übersetzt bitte erst ins Englische und danach ins Französische. Hast du verstanden? Ja, das habe ich verstanden. Erst Englisch, dann Französisch. Los geht's. Um neun Uhr beginnen wir mit der Begrüßung des Tages durch den Veranstalter und einer kurzen Einführung in das Programm. Um neun Uhr dreißig starten wir mit der Keynote Die Zukunft der Bildung mit KI, wo ein Experte aus dem Bereich Künstliche Intelligenz einen wertvollen Einblick in das Thema gibt. At 9.30 Uhr, we will start with the Keynote The Future of Education with AI, where an expert in Artificial Intelligence will provide valuable insights into the topic. A 9.30 Uhr, nous commencerons par la conférence principale L'avenir de l'éducation avec l'IA, où un expert en intelligence artificielle donnera des aperçus précieux sur le sujet. Alter Falter, ist das geil. Meine Herren, das ist ja so eine coole Art der Übersetzung, also so wie ich es jetzt beurteilen kann, korrekte Übersetzung, aber wie schnell. Also das ist ja wirklich unglaublich. Ich bin gerade total beeindruckt. Ich finde es total schade, dass es jetzt nur über VPN geht, aber das ist ja auch nur eine technische Herausforderung. Und ja, hoffe, dass das natürlich auch bald auf unseren Geräten ja jetzt nutzbar ist. Hey, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr dazu meint und ob ihr hier auch schon Erfahrung gesammelt habt. Und lasst uns mal ein bisschen diskutieren. Viel Spaß beim Ausprobieren. Alles Gute und bis bald. Tschüss.